So, wir merken. Hinten links. Ich bin mir sicher, ich muss die andere Seite betreten und ich habe mich verheiratet, wenn ich sie trete. Ich bin schon der erste. Aus den fleckenden Tunneln. Vielleicht sollte ich auch mal den Blitz nutzen. Und das hilft mir sicher. Aber das hilft mir sicher. Zumindest wird es schneller. Oho. Oho. Was dürfen wir stehen? Verstehen. So, weil ich nicht weiß, was kommt. Kommt ich jetzt mal runter. Und hier ist nichts. Schön. Cheers. Ach guck mal, ich komme wieder nach oben. So, hier waren wir eben. Also, vorne in die Mitte. Und das geht gleich in die Folgen. Und das geht gleich in die Folgen. Ich habe nicht gerade, ob der Schwung vielleicht ausgereicht hätte, mich da oben reinzuschmeißen. Aber sowas kann ich nicht hin. Stattdessen... Stattdessen... Ach so. Okay, hätte mich nicht da reingeschleudert wahrscheinlich. Dafür gehe ich jetzt hier rein. Und... ... ... ... ... ... ... ... ... Es tut mir leid. Das war's für heute. Was ist das? Oh, die fliegen doch irgendwo durch hier. Oh. Naja. Erstmal Energie sammeln und speichern. Warum ist hier so ein Tauchanzug? Ach, schön. Der hat hinterher nicht. So. Schön, ich gehe durch. Oh, das ist auch in die Weiche. Das konnte knapp werden. Aber mach mal kurz. Weiter, ne, ein Tunnel. Und in den dritten... ...Tunnel. Und aus. Und in den dritten Tunnel. ...Tunnel. Das war ein Tunnel. Von einem. Hier habe ich die Tür geöffnet. Gar nicht. Egal. Ja, das war das nächste Level. Auf geht's. Ich lebe dieses Feuer. Schöne Idee, da reinzuspringen, aber ich glaube, ich gehe jetzt durch den Vorteil. Ja, zweimal gestorben. Ich habe nichts geschafft. Hey. Okay. Vielleicht sollte ich mal eine andere Waffe nehmen. Oh. 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 Und dann ein wenig hoffen, dass sie sich gegenseitig kalt machen. Noch mal ein bisschen schicken. Oh! 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 Okay! Oh! Oh! Ach, ob Sie sich in der Seife? Oh! 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 Ich hab' das wieder mal geschossen. So, hier hatten wir ja schon. Ich mein' das noch nicht besonders. Chambers of Tournament. Woher? Ja. 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 entspannt speichern ich hab volle energie ich hab volle rüstung ja außer rechweite würde ich sagen ich hab volle energie ich hab eine rechweite ich hab eine rechweite ich hab eine rechweite ich hab eine rechweite Hier fällt doch gleich was von oben runter, ich seh's doch schon gar nicht. Ich saß noch. Secret. Ein langes Secret. Endend mit der Core Damage, das ist schön. Ich hab mir aber nichts... Achso, der blaue... Schlüssel. Habe ich hier was für übersehen? Sowas wie die Tür wird anders geöffnet. Nägel... Ich kann auch mal wieder mit den Nägeln schießen. Ja... Mh, mh... ... Mh, mh... Oh, Secret Ops. Secret Death Jump würde ich sagen. Wir wollen ja weiter. Da läuft es doch ganz gemütlich. Das ist doch ganz gemütlich. Die Kurve, ey. Oh, shit. So, der war's, der ist. Mit dir hab ich gleich auch noch Spaß, das weiß ich. Die Sphäre Geräusche hat man einen tollen Kiste. So, die Sphäre Geräusche hat man einen super интересen cesen. Die Sphäre Geräusche hat man einen super Sinn. Aber irgendwann ist der Sphäre Geräusche hat man einen sehr coolen War. Was die denn, was die Sphäre Geräusche hat man einen sehr spiel. Ich weiß, was die Sphäre Geräusche hat nie einen sehr wansondert, was die Sphäre es nicht so compact wurde. Aber nicht nur das, was die Sphäre. Jetzt muss ich die auch nicht drücken. Der dritte Sprecher kommt.